Die LineMaster Linearverlängerung aus 2, mach 1 und so geht's. Die Verlängerung, ansetzen, verlängern, festschrauben, eine der wenigen Verbindungen, die ewig halten. Kreise schneiden dank des LineMaster Systems überhaupt kein Problem. Mit dem Zubehörteil machen wir aus dem Präzisionslineal einen Zirkel und hiermit führen wir die Säge. Und so geht's. Fertig. Um einen so schönen Kreis hinzubekommen, wie ich ihn gerade ausgeschnitten habe, muss man gar nicht zaubern können. Man muss nur gewisse Dinge beachten. Das Sägeblatt sollte scharf sein und der Abstand vom Sägeblatt bis zum LineMaster sollte derselbe sein, wie die Spitze vom Zirkel bis zum LineMaster. Wer gerne einen kreisrunden Ausschnitt haben möchte, ohne dass er das Zirkelloch in der Mitte hat, der macht folgendes. Der nimmt den Nagel raus mit der Halterung und dafür haben wir einen Zirkelhalter ohne Nagel. Da kommt hier ein Stück Holz dran, Zwinge am Ende und dann dreht sich alles um den Mittelpunkt. So wie hier aufgebaut. Funktioniert ganz einfach und macht Spaß und Sinn. Kinderleichtes und sicheres Fräsen mit der Oberfräsenführung von LineMaster. Und so geht's. Auch wenn die Kante mal nicht so gerade sein sollte, dazu haben wir ja glücklicherweise die Führung des LineMaster. Auch Rundungen fräsen, dank der Oberfräsenführung von LineMaster überhaupt kein Problem. Und so geht's. Qualität hat einen Namen. LineMaster. Der Dübelprofi hilft uns, um exakt und sauber, aber auch präzise in jede Fliese zu bohren. Und nicht nur das. In Kombination mit dem LineMaster-System können wir perfekt unsere Schränke, unsere Möbel, unsere Regale selber bauen. Wie das funktioniert, wie so ein Holzdübel perfekt übertragen wird, einsetzen, bohren, das zeige ich Ihnen hier. Ich habe die Dübelprofi-Führung hier im LineMaster drin. Merke mir die Maße, wo meine Bohrlöcher hin müssen. Dann kommt der Dübelprofi auf den Schuh drauf. Kurz die Mitte des Holzes eingestellt. Mehr ist das nicht. Fertig. Und dann, wenn alles fertig ist, kann ich es auch auf den Boden übertragen. Und das geht so. Wir haben die Abstandsmaße von den Bohrlöchern. 10, 20, 30. Jetzt müssen wir nur noch den Dübelprofi einsetzen. Auf das richtige Maß bringen und 10, 20, 30 die Löcher machen. Und es passt. Keine Zauberei. So geht's. Passt. Dank Dübelprofi. Mit dem LineMaster-Präzisionslineal und den Zubehörteilen haben Sie unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Das ideale System, das in keiner Werkstatt fehlen darf. Alle LineMaster-Zubehörteile sind auch einzeln erhältlich. Tja, Qualität hat da deinen Namen. KWB. We love perfection.